Hallo zusammen! Heute ist die Gorilla hier in der Stadionbranche und wir arbeiten heute Zugang für alle Leute, die Lust haben, zusammenzukommen, sozialisieren und neue Sachen auszuprobieren. Das Ziel ist, möglichst viele Leute zu Skate animieren, ihnen neue Tricks beizubringen und einen schönen Tag miteinander zu verbringen. Ich bin heute am Tag der guten Tat, hier zu anderen Skaten beibringen und sonst einfach miteinander viel Spass zu haben und etwas Cooles miterleben. Ich nehme den Tag heute sehr positiv wahr, denn wir haben coole Leute hier und es macht sehr viel Spass. Ich hoffe, ich kann heute nach Hause gehen mit einem guten Gewissen, ob jemand etwas Gutes beibringen konnte. Bis zum nächsten Mal.